Ich traue den Schweizer acht Medaillen zu. Ich traue den Schweizer Delegation schon diese Medaillen zu. Ich bin ein bisschen optimistischer. Ich glaube, die Schweizer Delegation wird sicher eine Medaille holen bei den Männern, bei den Frauen und auch sechs weitere. Ich glaube daran, dass die Schweizer Delegation mindestens sechs Medaillen macht. Sobald Reingation Sobald Reingation Allgäu Am �äcker Tang